Mediacur wurde für zwei Browser entwickelt, Mozilla Firefox und Google Chrome. Es kann in anderen Browsern funktionieren, dies kann jedoch nicht garantiert werden. Wenn Sie einen Desktop- oder Laptop-Computer verwenden, müssen Sie möglicherweise den Browser Zoom verwenden. Damit die Mediacur Benutzer-Oberfläche in das Browserfenster passt, halten Sie auf einem PC die Steuerung-Taste gedrückt und drücken Sie die Plus-Taste oder die Minus-Taste. Verwenden Sie auf einem Mac die Befehlstaste anstelle der Steuerung-Taste. Sie können dies auch über das Menü Einstellungen, Zoom, oben rechts tun. Drei Punkte in Google Chrome, drei Striche in Mozilla Firefox. Die Befehlstaste hat vomllänen V Ohr. Aber dann drehen Sie den autis, grünen Sie einen ellaائale Mottofam. Dave Politiker hat aber immer andere, diese Chaunenöffnung. Untertitelung des ZDF, 2020